Ich habe mich wirklich tot geschossen. Ist das da hinten eine? Das ist eine britische. Klasse. Ich kann mir jetzt erklären, wo ich eine deutsche Brigade bin. Wenn ich eine deutsche Brigade finde, dann ist es vorbei. Dann werde ich, glaube ich, skeptisch. An beiden. An meiner Existenz. Minimumsgrundlager. Und so ein Zeug. Was dann so existiert. So. Dann schlägen wir uns mal auf dieses Plypse, was ihr hier rausragt aus dem Land. Und suchen die Kiste und Fracht auf. Cool wäre es, wenn du jedes Mal dann noch so einen Piraten finden würdest. Jedes Mal aber schon mal drauf. Und mit denen du halt drum kämpfen könntest. Und das gut, was hier liegt, dass es halt sein Zeug ist. Dass er hier auf der Insel wohnt mit dem Zeug. Dass er dann vielleicht immer an so einem Lagerfeuer sitzt. Mit so einer Flasche mit so einem Robo oder so. Und dass du dich dann halt mit dem kloppen musst und sein Zeug. Das ist einfach nicht ganz cool. Das ist dann auch halt so legendäre Piraten gibt. Wo man halt wirklich viel findet auch so. Aber halt irgendwie zu kämpfen ist dann auch mega schwer. Ja. Lauter gute Ideen, die er selbst noch einbringen könnte. Die Frage ist, ob sie das jeweils machen werden. Heißt ja nicht, dass er selbst gut 5 in der Piraterie zählt. Aber es könnte man sich allgemein für drüben. Und so merken, dass man sich für manche drüben einfach kloppen muss. Ist das denn jeder Punkt? Verbündeter. Das ist süß. Da ist irgendein Schiff. Da wollen wir mal gucken, was das ist. Natürlich, die beginnt jetzt Regen. Sieht wie Beute aus. Oh. Ha. Oh, da ist aufgehört. Okay, ich starte jetzt gerade. So, kommt direkt auf uns zu. Aber das war's dann wohl. Die Frage, wie sich mich gerade stellt, ist wohl eher... Wie komme ich jetzt schnell an zwei spanische Bricks ran? Feinschiff. Ist auch sehr toll markiert einfach nur. Wir segeln auch da. Wir sollten gleich mal drehen. So, da war's Holz aufgesammelt. Jetzt ist die Frage, wo genau befinden sich noch ein paar Schiffe der... Da ist schon mal einzelne Schiffe. Das heißt, vielleicht finden da noch andere. Obwohl ich's eher weniger glaube. Müsst du vielleicht in einem spanischen Vorgehen? Ist das denn ein spanisches Vorgehen? Hallo? Ähm... Castillo de Jaguar... Ich hab... Keine Ahnung, ob das ein spanisches Vorgehen ist. Aber es ist auf jeden Fall eins. Wo bleibt der Junge mit dem Handwerk? Versuchen kann man's ja. Dann... Hier haben wir schon wieder einen Schatz. So... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Wo rüber los. Ja, das schaffen wir. Endlich schaffen wir auf dem Land zu landen. Der Held... war zu reihe holt noch ich will es wirklich also muss ganz ehrlich sagen ich würde es wirklich ja mein haupt ist aber ich krieg es halt nicht hin ich kann irgendwie müsste die gesamte mitte abbrechen ist halt doof weil ich schon versenkt habe wieder und das ist ja nicht so schwer aufhören oder so finde ich gar nichts und deswegen kann ich nicht auch besuchen weil das finde ich ein bisschen strange gemacht also ich dachte eigentlich es gab eventuell ein menü dazu wo man die missionen wechseln konnte und das ist zumindest alle anzeigen lassen konnte aber ich habe nichts gesehen glaube ich habe erst am stoppen aber schauen was hier noch so auf uns zukommt nein eine gefürchtete kleine schüssel was soll ich nur tun ich habe keine waffen dagegen das ist eigentlich das krieg schon vor Ort bereit halten wir stoßen zusammen so ist die frage wo sind wir hier alles klar ist noch da da müssen wir gleich in roten bereich stoßen roter bereich hallo roter bereich hallo roter bereich hallo roter bereich naa duuuu der winkel schlägt noch nicht warten auf dein zeichen kämpfen da sind sie verwundbar feuer ja das hat auf jeden Fall eine laune gemacht Feuerfest nach voll jetzt muss ich mal gucken ob hier irgendwo das ist doch feinliches Kriegsgebiet dort finde ich nichts zu gehen woher bist du denn eine Fregatte in der Klasse schon mal ein Kräftig dagegen und auch eine Fregatte immer nicht verarschen hier wird auch irgendwo eine Briggs sein mit Schmackes Jungs ist keine Schikane auch eine Fregatte ich glaube ich bin ganz zu viel jetzt bin ich im Feindgebiet alles klar und dann hätte ich gerne jetzt endlich zwei Fregatten gefunden was ist das denn das ist auch ein unendeckter Ort ist auch irgendein unendeckter Ort ist auch irgendein unendeckter Ort das bist du du bist ein Schor die Spannung die Spannung die Spannung auch das ist wirklich äußerst spannend wir die Spannung die Spannung die Spannung die Spannung eventuell die eventuell hier verbleiben könnten ein Schoner noch ein Schoner was bist du denn eine Fregatte ich bin mir zufrieden ich bin mir zufrieden ich bin mir zufrieden ich bin mir zufrieden die Spannung das ist in der rid지도 das ist eine Art dass die Spannung der Berg zu bekommen Ich hab' den Befehl schon! Raus aus dem Wind! Feuer! Ein guter Schuss! Feuer! Sie geht gleich runter! Feuer! Mach' noch einen Schlag! Feuer! Der Gegner bekommt... Ich hab' nicht gehofft in der Pflicht. Da Wolken rum... ...und... ...durch ne Aufbau mehr von denen, also durch die... ...Kriegstaten, die ich voll flühen habe. Feuer! Da ist sie am Schlechten! Der Feuer auf den Brand gesteckt! Alter, Stehle! Das hier wurde mit dem Brand gesteckt. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Sie stehen am Tor bezahlen! Feuer! Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht! Bereit zum... Jetzt mit dem Brand gesteckt hab' ich nicht ganz gerafft jetzt, aber okay. Setz Hauptrahmen und Marssegel! So, hier müssen wir ernten... ...die... ...beute halten, ne? Ihr bist beschädigt! Eiskalt vorbei! Ja! Und der Schimpf ist besiegt! Feuer! Ja! Bereit zu feiern, Fer! Was bist du? Ja, ne Brigg! Endlich! Achts und Hauptsegelberg! Feuer! Ich hab' auf dich gewartet! Feuer! Da sind sie am Empfinden! Feuer! Dem Wasser zu uns! Ring! Die Platten sind spanisch! End allein zu sein zu! Soooong! Feuer! Ra! Bereit zu schießen! Na also, die erste Brigg haben wir geschafft! Ich bin begeistert! Feuer! Ha ha ha! Feuer! Segel setzen! So, hier die Beute mal ganz kurz abholen! Und jetzt schauen wo noch eine stehen könnte! Uh! Hier! Uh! Also, wenn das mal nicht... Ne? Dann... Eine Fregatte steht da schonmal! Ja! Die Trapp-und-Tram-Segel! Nur nochmal da stehen... Auf dem Boot! Alle Segelreffen! Topsegelaufgarten! Topsegelbergen! Topsegelbergen! Kann nicht die Wahrheit sein, ich stehe immer die fünf Schiffe und keins davon lassen... Reg... also ich bin hier echt ein bisschen verarscht für die Spiel... Brigatte! Yay! 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 Okay, Moment. Einmal gerade drauf zuhalten, hier direkt irgendwo dahinter müsste hier die Festung sein. Vielleicht sind da noch die Schiffe. Obwohl ich es eher bezweifle. Jo, ich greife jetzt sofort was Ding an. Das ist nicht da mit dem Schiff. Was ist das denn für ein Zwar, Alter? Hebt den Befehl, Sir. Feuer! Alter, was ist denn das denn vor? Das ist ein Zwar, Alter. Das ist ein Zwar, Alter. Was ist denn das denn vor? Das ist ein Zwar, Alter. Oh, fehlt das denn jetzt über das Volk? Alter Schwede. Wir kommen in die Ecke. Wie schädigt das vor uns lang? Das ist ein Zwar. Oh, oh, oh. Zweier, Zweier, das sind Zweier. Das wars. Wir sind zu nah dran, Cap! Bring uns weg. Wir haben es überlebt! Hey, wir werden es überlebt. Neueu! 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 Boah, wir haben uns ja echt überlebt. Ich bin mit der Ausdruck. Nee, ich bin so schön überlebt. Und ich glaube, das schon überlebt das nicht mehr. Ein Schott hat's völlig zerlegt. Unsere Reaktion ist verloren. Lassen wir die Haken fliegen! Feuer! Mein Rakenär! Das ist aber nur da hinten die Festfahrzeuge. Ich habe drei von sieben Vorverteidigungen zuerst. Ich bin aber auch schon sehr gut eingeschlagen. Feuer! Ja! Gebt die Wind ab! Einholen und aufreisen! Jetzt wieder Alfa. Feuer! Jaa! 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 Ihr seid bereit zu gehen, Sir. Feuer! Feuer! Mach der im Leben bei hinten. Ist ja ein Turf. Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! 4 von 7 wundert. Feuer! Wir müssen ja auf die江sbrüder kämpfen. Das kommt ja nicht auf die Handwägel! Er kommt wieder auf! Er kommt wieder auf! Ja, das ist wunderschön, die Börse! Der Telefon macht mir ein bisschen mehr so rum. Okay... Fünf von sieben auf der Stoff. Das muss ich noch mal um den Sohn, weil der kommt ja schon wieder. Das ist wie ein Tütscher, das geht gar nicht. Werde gegen so eine müdeste Schatzkämpfe, oder? Die sind mit einem Trafou verteidigt. Trafou mit einem Trafou. Okay... Spare eine Spritzvernecken und da kommt das Vieh wieder. Das ist ja... 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 Warte mal! War das die Melle jetzt gerade? Was ich weiß? Kanzonen! Feier! Feier! Das ist nicht gewalt! Bereit zu feiern, Sir! Die Piraten aus den Bänden! Oh mein Gott, oh mein Gott! Feier! Gebt den Wind ab! Feier! 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 Hallo! Alter, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Moment, ich muss gleich runter! Ja, die auch gleich! Hallo! Der Sturm ist aus!